Vor langer, langer Zeit, weit entfernt von der Luxusgesellschaft, wurde neben tausenden Kindern auf der Welt ein Junge namens Carsten Günther Erich Sieling am 13.1.1959 in Linzburg, Landkreis Nienburg, einer Weser geboren. In der 900-Seelen-Gemeinde war der Nachwuchs herzlich willkommen. Aufgewachsen ist Sieling auf dem Bauernhof seiner Eltern. Mit 20 ergriff er die Landflucht und zog nach Hamburg für sein Studium. Nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften heiratete er und hat mittlerweile drei Kinder. Mit 30 Jahren absolvierte er für ein Jahr seinen Zivildienst bei der AWO der Arbeiterwohlfahrt. 2009 ging es für ihn als Abgeordneter des Bundestages für die SPD in die Hauptstadt Berlin. Heute ist Carsten Sieling seit 2015 der Bürgermeister von Bremen und möchte für soziale Gerechtigkeit durch mehr Arbeitsplätze, mehr Lehrkräfte und mehr Wohnungen sorgen. Denn wie er selbst sagt, jeder Mensch hat das Recht auf ein gutes Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nachmittabin Untertitelung des ZDF für funk, 2017